Wir sind auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg zum Raddrehen in Wittenberg. Wo ist denn Ulle, die Oma? Richtig was los hier. Ulle ist auch da. Und Niki ist auch da. Live aus Wittenberg, vom Rathaus. Kurz vorm Start. Da muss man sich der Transparenz noch mal richten. Ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Auf dem Kopfscheibenpflaster ja hier heute, also dass der nicht runterrutscht. Mal sehen, ob wir es noch mal fixieren können mit ein bisschen Klebeband. Aber es wird schon Spaß bringen. Spaß bringen. Wir machen uns jetzt fertig und dann ist auch direkt schon... Warte ist gleich. Achso, Präsentation. So, erstmal die ganzen Sachen rausholen. Am wichtigsten ist natürlich immer, die Startnummer korrekt zu befestigen. Schwer. Bist du bereit? Superwoman? Ja. Bist du mir ein bisschen Luft ab? Luft ab? Warum? Mausi, warum? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht aufgepumpt. Mausi? Ja. Habt ihr eine Greibezange weg? Ja. . Ja. Nichts. Ja, keine matte. Ja, keine matte. Ja, keine matte. Ja, keine matte. Dann los, ja? Fünf, vier, drei, zwei, eins und Start frei! Mein Zehntel, Generalica! So, wir haben das Rennen jetzt beendet. Max und Marcel sind schön in der Spitzengruppe gewesen vorne. Drei Runden vom Schluss eingeholt worden. Wir haben uns gut verkauft. Möchtest du nochmal das Rennen aus deiner Perspektive kurz beschreiben? War, wie ich es dir vorgestellt habe, schnell. Bist du mit deinen Wandwerten zufrieden? Kurz belastet, aber die anderen fanden dich als Belastung.